So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke, genau. Und wir haben wieder einen kleinen Zuschauerwunsch für euch und zwar hat der Nyklos, ich habe jetzt extra die Kommentare mal sortiert nach Nyklos, dass ich sehe seinen Kommentar hier noch vor einem Tag. Moin Ramses, kannst du mal alle deine Decks zeigen in einem Video? Glücksdecks, Lucky Decks, etc. Was ist der Unterschied zwischen Glücksdecks und Lucky Decks? Da fängt es schon mal gut an. Also, ich habe gedacht, okay, das können wir ja mal machen, dafür mache ich das hier aber weg, mache meinen Bildschirm drauf vom Handy, mache den aber mal groß, dass ihr das besser seht. Das ist nicht wirklich viel größer, oder? Damit es nicht so leer aussieht, basteln wir natürlich hier das Maskottchen wieder rein, für diesen Monat, machen links hier noch was Hässliches hin und jetzt können wir theoretisch hier mal alle Decks zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er mit alle Decks meint, weil normal, wenn du den hier drauf hast, den ganz normalen und gehst da hin, da hast du ja eigentlich alles vereint. Da würdest du jetzt Statistiken sehen, wie viele gesehen, wie viele gefangen, wie viele Glücks, wie viele erlöst. Dann, ob du männlich hast, ob du weiblich hast, ob du Shiny hast, wenn das Shiny-Symbol dran ist, ob du Lucky hast, auch nochmal durch den Hintergrund und weil halt auch Glücks dasteht. Eigentlich, wenn man diesen zeigt, dann hast du ja eigentlich alles komplett, sozusagen. Aber ja auch nicht, denn er zeigt jetzt keine hundertprozentigen, zum Beispiel, an. Oder Mega-Pokemon zeigt er auch nicht an. Deswegen gibt es ja diese neuen Kategorisierungen vom Pokédex, wenn du hier drüben hingehst und rechts unten klickst, hast du ja das. Und ich würde sagen, in diesem Video beschränken wir uns nicht auf das hier alles durchscrollen und zeigen, sondern auf diese Kategorisierungen. Oh mein Gott, jetzt ist der Adi einfach vom Fensterbrett runtergefallen, hin nachs Sofa und jetzt guckt er hoch wie ein Kanickel. Was war das? Hat keiner gesehen. Adi, alles gut, beruhig dich doch. Hast du wieder Fliegen gejagt? Ja, ich sehe gar keine Fliegen. Ich glaube, die bildest du dir eigentlich nur ein oder so. Ja, ich mache weiter. Faden verloren. Das können wir euch auch mal zeigen, wenn ihr wollt, in einem extra Video, dann schreibt es halt unter dieses Video, bitte den kompletten mal, ne? Also den großen, den ausführlichen, weil da seht ihr ja dann auch immer diese Statistiken mit gefangen und gesehen, gefangen und gesehen, gefangen und gesehen und können das vergleichen. Ihr könnt ja mal die Gesamtzahl einfach nur vergleichen. Bei mir ist im kompletten Pokédex steht hier 743 gesehen, 743 gefangen. Könnt ihr mal hinschreiben, komplett, in euren Kommentar, komplett, wie viel gesehen oder gefangen. Und dann kategorisieren wir hier mal. Und am besten in dieser Reihenfolge. Erlöst, 94. Krypto, 229. Perfekt, 672. Drei Sterne, 735. Schillerne drei Sterne, 263. Schillernd, 552. Glücks, 729. Event, 116. Mega, 21 und alle also 743. Die möchte ich jetzt aber mit euch noch durchgehen und nochmal ein bisschen zeigen. Und ich fange eigentlich beim untersten hier an, nämlich den Mega, weil den finde ich am coolsten. Der ist auch klein und überschaubar. Da habe ich jetzt 21 gesehen, 21 gefangen. Wir drücken mal jedes einzelne durch. Und mir ist zum Beispiel wichtig, wenn ein neuer Mega-Ray da ist, dass ich den einmal männlich entwickle. Dass ich den einmal weiblich entwickle. Ich versuche das so zu kombinieren, wenn ich ein hunderter männliches habe, was ich durchentwickele, zum Mega, was ich immer zum Kämpfen nehme. Dass ich ein weibliches Shiny entwickle, was ich einfach mal entwickeln kann zum Mega, um zu flexen oder so. Keine Ahnung. Also, dann habe ich auf jeden Fall immer alles ausgefüllt. Ich habe also dann männlich, weiblich, Shiny. Es ist hier alles ausgefüllt. Und das versuche ich bei jedem immer zu erreichen. Mega-Bisa-Flor haben wir also geschafft. Ist alles da. Mega-Glorak haben wir auch geschafft. Ich kann auch immer das Shiny noch kurz andrücken. Die Zahlen können die jetzt selber vergleichen. Das ist... Zählt das jedes Mal dazu, wenn ich eins entwickle? Ja? Also, Mega-Glorak-Y ist auch hier komplett ausgefüllt. Mega-Tour-Dog ist ausgefüllt mit seinem grünen Panzer. Mega-Bibor ist ausgefüllt. Alles komplett. Mega-Tau-Boss ist hier ausgefüllt. Immer auch als Shiny dabei. Mega-Lamus. Steht hier eine Galler-Form dabei. Bruder, was ist? Kann man nicht sehen. Gibt's nicht. Gut. Mega-Gengar. Uh, das ist das Lieblings-Mega-Pokémon von den meisten Leuten, glaube ich. Mega-Kangama. Da habe ich mich die ganze Zeit gewundert und habe in der Gruppe noch aus Spaß geschrieben. Mag mir vielleicht jemand ein männliches tauschen? Ich habe irgendwie nur weibliche. Und manche haben gesagt, verdammt, ich auch. Bis irgendjemand gesagt hat, die gibt's doch nur weiblich. So. Muss es da also nur eins entwickeln. Hier ist auch das Shiny dabei. Mega-Garados hier. Normal. Äh, Shiny. Mega-Aerodaktyl. Normal. Shiny. Mega-Ampharos. Normal. Shiny. Mega-Stahlos. Normal. Shiny. Ihr seht, überall ist männlich-weiblich ausgefüllt. Und auch Glücks. Ach, Glücks. Glücks ist egal. Nee, Glücks gibt's nicht. Aber das ist Shiny halt. Männlich-weiblich-Shiny. Mega-Hundemon. Mega-Voltenso. Mega-Altaria. Mega-Absol. Mega-Latias. Was? Hui. Ich bin blau. Vor allem sieht das irgendwie kleiner aus und das größer. Ja, aber ich bin auch grün. Ähm. Joa. Gefangen 67. Gefangen 85. Ich glaub, dieser Unterschied kommt wahrscheinlich trotzdem dadurch, wenn du jetzt eins entwickelt hast. Zähle das nicht zu Gefangenen, aber zu Gesehenen jedes Mal dazu. Je öfter du die Entwicklung machst, desto mehr geht bei Gesehenen hinzu. Und bei Gefangenen nicht. Sodass du eine richtig schlechte Quote hast, was das betrifft. So, das war der Mega-Dex. Kommen wir mal zu Event. Event ist eigentlich ganz cool. Event können wir uns gerne angucken. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Bisasam. Äh. Von einem Halloween-Event. Wir haben eins von einem Neujahrsevent oder was das ist. Wir haben eins vom Go-Fest mit einem Visier. Dann haben wir hier bei Glumanda dasselbe. Halloween. Neujahr. Pokémon Go-Fest. Schicki. Halloween. Vom Sea-Day. Äh. Neujahrs-Fest hier mit Visier vom Go-Fest. Shilok. Man konntest ja natürlich entwickeln. Hat also auch dann Brille. Turdok hat Brille. Smetbo. Mit Schleife auf dem Kopf. Von der Fashion Week. Gratikal auch mit Partyhut. Dann kommen die ganzen Pikachus. Halloween. Luftabenteuer. Also das war das erste was damals da war. Schon mal. Dann. Dann das Rästler-Pikachu. Ihr habt hier ein. Puh. Ein Abenteuer. Safari-Weimar. Melonen-Pikachu. Ihr habt hier ein. Ein Winter-Pikachu. Mit Pullover. Dann das hier. Das hat hier die besonderen Luftballons, wo eine 5 mit dran ist. Dann das vom Go-Fest. Letztes Jahr das Rocker-Pikachu. Das Sänger-Pikachu. Das Okinawa-Hemd-Pikachu. Das Okinawa-Luftballon-Pikachu. Ähm. Auch dieses Partyhut-Pikachu. Das Ash-Pikachu. Das Hexenhut-Pikachu. Das Weihnachtsmützen-Pikachu. Sonnenbrillen-Strohhut-Pikachu. Das SS-Cap-Pikachu. Blumenkranz-Pikachu. Gab's ja auch beim Go-Fest. In Dortmund. Live gefangen. Mit Bisa-Fan-DV. An meiner Seite. Mit Isbo. Mit Pupsi. Mit allem drum und dran. Dann das Meister-Detektiv-Pikachu. Das One-Piece-Pikachu. Dann noch ein Winter-Pikachu. Andere Neujahrsmützendingz. Hier Blumenhut. Das ist Safari, glaube ich. Dann mit Glurak-Mütze. Nachthara-Mütze. Raikwaser-Mütze. Lucario-Mütze. Äh. Mütze. Neujahrs-Hut. Meloetta-Hut. Haben wir ja letztens erst rausgefunden. Schon wieder irgendein Halloween-Verkleidungs-Ding. Dann, boah, Reitschuhe. Da kommt das alle. Fast alles irgendwie, glaube ich. Nochmal. Manche gingen nicht entwickeln. Andere gingen entwickeln. Also da werdet ihr jetzt viel sehen. Was ich eben schon gesehen habe. Nidorino hier auch mit Hut. Was nicht in... Äh, mit Mützchen. Mit Party-Mützchen. Was nicht entwickelbar war. Zum Glück. Punita mit dem Meloetta-Hut. Fleckmon 2020-Brille. Lamus 2021-Brille. Gengar mit Kostüm. Gengar mit Party-Hut. Shandera mit... Kranz. Lapras mit Schleife. Evoli mit... Kranz mit Party-Hut. Aquana mit... Jetzt kommen die ganzen Entwicklungen. Aquana, Blitzer, Flamara. Alle mit Blumenkranz. Mewtwo mit Rüstung. Auch hier so. Hut-Hut mit Party-Hut. Was gut tut. Pichus mit Kostüm. Ashcap, Hexenhut, Weihnachts-Strohut-Brille. Äh, Dings. Winter, Beanie, Frühlings-Blumenkranz. Neujahrs-Hut. Togepi-Kranz. Toge-Tick-Kranz. Psyanakranz. Nachthara-Kranz. Lasho-King 2022-Devance. Wohin genau? Mützchen. Party hier. Sneeble. Äh, aus Frankreich. Einbrecher-Sniebel aus Frankreich. Bodo-Gel mit heftiger Schleife am Kopf. Oh mein Gott. Damia-Plex mit Glöckchen. Sehr cool. Kusilla mit Schleife. Heterra mit Kranz. Zick-Zacks mit Meloetta-Hut. Baumpel mit Party-Hut. Was, was man fast gar nicht mehr, weil der Hut einfach Kirlia hier mit Melone. Gardevoir mit Meloetta-Hut. Zobiris mit Lichtl-Mütze. Libeldra mit Meloetta-Hut. Seemobs mit Schal. Shellast. Oh, hier leuchtende Bärle, strahlende Diamant-Zeugs. Neujahrs-Hier-Dings. Also ein Remake-Spielzeug. Einmal mit halt Rot, einmal mit Weiß. Dann hier Rot, dann hier Weiß, dann hier Rot und Weiß. Und zwischendurch haben sie das mit diesem Kürbis-Hut reingebracht. Also, das ist das normale Rote, das ist der Kürbis-Hut. Scheinox auch mit Melone. Drift-Zäppli mit Kostüm und Mütze. Haspiror mit Kranz. Monera mit Kranz. Glibungel mit Ramses-Cap beim Mars-Krug trinken. Toggekiss mit Kranz. Volipurber mit Kranz. Glaziola mit Kranz. Glaziola mit Schneeglöckchen und Winterdeckchen. Elyceva mit Halskrause. Petsniv mit Rotz. Achso, den hat er ja immer gut. Petsniv mit Schleife am Kopf. Felinara mit Blumenkranz. Oh, ist das heftig. Das waren alle Kostümierten. 116 Stück. Hat jemand mehr? Schreibt es mal in die Kommentare. Glücks-Pokémon. Glücks-Pokémon müsste ich eigentlich alle haben. Außer neue Legendäre, die jetzt da waren, habe ich noch nicht unbedingt als Glücks. Den Glückseintrag von den Legendären möchte ich dann immer mit dem Shiny machen. Und ganz aktuell fehlt noch Arakwa. Aber ansonsten, da könnte man ja schneller durchscrollen. Müsste man ja sehen, was alles Lucky ist. Ob da irgendwo noch eine Lücke drin ist. Wir scrollen uns einfach mal durch. Das sieht alles gut aus. Also ich habe eigentlich den Glücks-Decks voll. Hier fehlt was. Aber das ist noch nicht released. Meiner Meinung nach. Unten kommen eh mehr Lücken. Ich finde es manchmal bescheiden, dass selbst wenn ein Pokémon im Spiel ist, es einfach so aussieht, als gibt es das gar nicht. Da hätten wir ja trotzdem da wenigstens einen Schatten hinmachen können. Dass du weißt, was es ist. Aber der nicht ausgefüllt ist. Dass du weißt, es gibt es. Aber du hast es noch nicht. Manchmal kann man da nicht unterscheiden, gibt es das gar nicht im Spiel. Oder ist das was, was es gibt. Und ich brauche das noch. Also das ist in manchen Decksansichten hier ziemlich bekloppt. Hier denke ich mal auch. Gibt es noch nicht. Die zwei Prügel. Ansonsten seht ihr, es ist viel ausgefüllt. Hier fehlt zwei was. Da fehlt etliches. Aber wisst ihr ja, gibt es ja noch nicht alles. So, hier unten haben wir ein Beispiel. Genau, bei den Kabus zum Beispiel. Bei den Kabus könnten noch zwei eigentlich dazukommen, wenn ich noch Kabukime und Kaburiki als Glücks hätte. Aber ich habe meine Glücks-Trades halt für andere sinnvollere Sachen erstmal genutzt. Hätte ich mir holen können. Also da kann man theoretisch mehr haben gerade. Aber das war mir jetzt nicht so wichtig. Und mir fehlt eben das Aragua. Aber ansonsten müssten eigentlich fast alle da sein. Schillernd. Ja, wie sieht es jetzt bei Schillernd aus? Ihr seht hier die ganzen shiny Pokémon. Geht man da hin und drückt man da drauf? Oder macht man was anderes? Oder zeigt man die so einfach mal durch? 500 noch was? Reicht das, wenn man so lang geht? Wir können ja hier mal gucken. Auch mit Alola-Form. Ja, auch mit Alola-Form dabei. Bei Habitak, Ibitak, Rettan, Arbok, Pikachu, Raichu, auch mit Alola-Form. Sandan auch mit Alola-Form. Sandama mit Alola-Form. Nidorah, Nidorina, Nidoqueen, Nidorah, Nidorino, Nidoking. Pipi, Kaka, Pixi, Wulpix meine ich. Mit Alola-Form. Alola hier, Wulnona. Pummel-Luft, Knuddel-Luft, Zubat, Zugluba-Golbat, Mirapla, Duflor, Giflor, Paras, Parasek, Blutzug-Ommot, Diktar, Diktarm, Diktri, Dikhaare, Mauzi, Normal, Alola, Gala. Ja, ja, also ist alle drei auch da, so. Hier, Snobilikat und Alola und Endon, Entoron, Menki, Rasa, Fulcano, Akane, Kwapsel, Kwapuzi, Kwapo. Abra, Kadabra, Simsalah, Macholo, Maschok, Machomai, Knofensa, Ultrigaria, Sazenia, Tentara, Tentoxa, Kleinstein und Alola, Georock und Alola, Geowatz und Alola. Pornita und Alola, Galoppa und Alola, Fleckmon und Alola. Den sieht man schon, den gibt's noch gar nicht. Guck mal, wie der ausschaut. Der ist ja cool. Ähm, ja. Lamus und Alola, Magnetilo, Magneton, Porenda und Galaporenda, Dodu, Dodri, Dodra, Jurob, Jugong, Slimer, Alola, Slimer, wie klein das auf einmal wird. Slymog, Alola, Slymog, Mouchas, Austos, Nebulak, Alpolo, Gengar, Onyx, Traumado, Hypno, Krabi, Kingler, Woldoball, Hissjuform. Boah, die dürfen wir uns aber noch nicht angucken. In Shiny, die ist einfach hässlich dann. Wissen sie selber wahrscheinlich noch nicht. Die sieht gut aus. Owei, achso, doch, nee, Owei, äh, Kugowai und Alola, Tragosso, Knogga, Alola, Knogga, Kigli, Nocchan, Schlorp, Smogon, Smogmog und Alola, Smogmog, äh, Gala, Smogmog, meine ich, sorry. Rihorn, Rizaros, Shanera, Tangela, Kangama, Sepa, Semon, Goldini, Goldking, Sternduster, Mi, Pandimos, Gala, Pandimos, aber den gibt's noch nicht. Sichlor, Rosana, Elektek, Magma, Pinsir, Tauros, Kabador, Garados, Labras, Ditto, Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara, Porygon, Amonitas, Amoroso, Kabuto, Kabutops, Aero-Kack-Sprühl, Relaxo, Arktos, Zapdos, Lavados, Trattini, Dragonia, Dragoran, Mewtwo, Mew, das war nur die erste Generation. Endivie, Lorblat, Megani, Freuriegel, Igelava, Tonupto, Kanimani, Tyra, Krog, Impergator, Visor, Visenior, Hutu, Noctu, Lidi, Bar, Lidi, Jan, Vibarag, Ariados, Ixbat, Lampi, Lanturn, Pichu, Pi, Pfluffleup, Togepi, Togetik, Natu, Xatu, Voldilam, Vati, Ampharos, Blubella, Merrill, Azumarill, Mogelbaum, Quaxo, Hopspross, Hubelupf. Sehr auffällig. Papunga, der Tunga, Griffel, Sonnenkern, Sonnenflora, Janma, Felino, Moorlord, Psyana, Nachtara, Kramurks, Laschoking, Hutgala, Laschoking, aber den gibt es noch nicht, Raunfugil, dann hier die Icognitos, Joa, da haben wir das A, wir haben das C, wir haben das F und das G, wir haben das L und das O und das R und das T und das U. Uns fehlt das J und das S und das E und das V und das I. Achso, siehste, wir haben ja sogar A wegen Ultra, stimmt, passt. Brauche ich ja gar nicht hier, weil ich habe doch schon A. Wohin genau haben wir noch Girafarig, Tanzer, Vostelka, Dummiesel, Skorkler, Stalos, Snubbull. Warum beendet jetzt die Übertragung, das muss man nicht verstehen. Jetzt gehe ich nochmal da drauf. Ach ne, meine App hat sie einfach geschlossen. Wann bin ich bekloppt? Lass doch die Übertragung Übertragung sein. Hätte ich es lieber in einer großen Liste einfach durchgescrollt, aber wir haben ja Zeit. Ihr wolltet alles, ihr seht alles, dann kriegt man alles. Und wenn man den ganz großen Decks noch macht, dann wird es noch schlimmer. Da sieht man nämlich eigentlich nichts. Da siehst du halt nur die Zahlen dann noch zusätzlich. Du siehst zusätzlich die Zahlen. Ich will mal kurz gucken. Ja, bei Perfekt, da kann man schnell durchgehen und bei Erlöst und Krypto auch. Also der Hauptteil jetzt, der so gezeigt wird, sind die Schillernden, was ein bisschen dauert. Aber dann geht es gar nicht mehr so lange. Also habt keine Angst. Das sind die Schillernden, eine Schillernden, die Schillernden haben. Porygon 2, Damir Plex, Farb-Igel, Rabao, Skapo-Era, Kusilla, Elekid, Magbi, Miltang, Haithera, Raiku, Entei, Suikun, Lavita, Bupita, Despota, Luigi, Dugia, Ho-Oh, Selebi, Gekabor, Reptän, Gewaltruf, Lemli, Jungglut, Logok, Hydropi, Morabell, Sumpex, Fiffien, Magnaien, Zickzacks und Gala, Geradax und Gala, Waumpel, Schalocco, Bapinella, Panikon, Pudox, Luturzel, Lombrero, Caballores, Caballores, Samurzel, Blanas, Tengulis, Schwalbini, Schwalboss, Wingul, Pelippa, Drassler, Kirlia, God of War, Bummels, Muntier, Letterking, Ninkada, Ninyask, Flurme, Krakilo, Krawumms, Maguhita, Hariyama, Azzuril, Nasknet, Eneko, Enekoru, Zobiris, Flunkiva, Stolunior, Stolrak, Stolos, Mediti, Meditalis, Fritzl, Blitz, Voltenso, Plusle, Minun, Volbit, Ilumise, Roselia, Kanivanya, Toheido, Weilmar, Weilorch, Boing und Groing, Pandia, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9, das müsste das mit dem gebrochenen Herz sein, Knacklion, Vibrava, Libeldra, Vablu, Altaria, Sengo, Vipidis, Lunarstein, Sonnenfeld, Schmerbe, Welser, Krebskorps, Krebutak, ganz neu, Pupanz, Lepomendas, Lidje, Bili, Anurid, Amaldo, Barsch, Vamilotic, Formeo, ja das normale kennen wir, die Sonnenform haben wir noch nicht, die Regenform haben wir schon und die Schneeform haben wir auch noch nicht, aber das sieht die Sonnenform irgendwie noch am coolsten mit aus, Schuppet, Barnett, Zwirlich, Zwirklop, Palim, Palim, Absol, Iso, Schnepke, Fionondo, Seemobs, Seeyong, Valreiser, Perlu, Alabis, Saganabis, Libiskus, Kindwurm, Draschel, Brutalanta, Tane, Metang, Metagross, Regi, Rock, Regi, Eis, Regi, Stil, Latias, Latios, Kyokre, Graudon und Raikwasa, Dioxis, normal, Verteidigungsform, Angriffsform, Initiativeform, Schellers, Schellkarein, Scheldara, Panflam, Panpyro, Panferno, wir sind jetzt in der dritten, Plinpha, Pliprin, Impoleon, Bidiza, Bidifas, Zerpurze, Zerpeise, Scheinux, Luxio, Luxtrak, Nospi, Rosarade, Cognodon, Rameidon, Schildarus, Boldarus, Burmi, mit Pflanzenumhang, mit Sandumhang, mit Lumpenumhang, äh, Moterpel, Barmelin, Bojelin, Kikugi, Wolkenformkinoso, Sonnenformkinoso, Ambitifel, Driftlon, Driftzeppli, Haspiror, Schlappor, Traunmagiel, Gramchef, Schamjan, Schnurgarst, Bronzel, Bronzong, Mobei, Pantimimi, Vonera, Krypuk, Kaumalat, Knaxel, Knackra, Gryolu, Lucario, Hippopotas, Hippoterus, kannst du hier nach Geschlecht, sehen die ja wieder anders aus, einmal so, einmal so, Pionscora, Piondragi, Glibungel, Toxic, Quack, Schnebedek, Rexblisar, beziehungsweise sehen die auch wieder ein Stück anders aus, der hat hier zwei, äh, zwei Bauchbinden und der hat nur eine Bauchbinde, da ist also zwei braune Streifen und hier nur ein brauner Streifen, hier sind die Haare kürzer, hier lange Brusthaare, kürzere Brusthaare, Snibuna, Magnetzone, Schluplek, Rihonjor, aber das war ja eigentlich der Unterschied dann zwischen männlich-weiblich und gehört zum Gender-Decks und nicht zum, äh, Shiny-Decks, Tango-Loss, Ele-Voltek, Magbrandt, Hoggekiss, Jan-Mega, Foli-Purpa, Glaciolas, Gorgro, Mammut-Tel, Porygon-Z, Galagladi, Voluminas, Zwürf-Finst, Frostedje, Selve, Vespritz, Selve, Vespritz, Tobutz, Dialga, Palkia, Heatran, Riggigigas, Giratina-Wandelform und Urform, Cresselia, Darkrai, Neu, Serpifoi, Erfus Serp, Serpi-Royal, Floing, Verkogel, Flammirex, Otaro, Zwotronin, Admurai, Nagel-Lotz, Guck mal da, Jorclef, Terribag und Bisparg, Dusselgur, Navi-Taub, Faser-Nopp, Ele-Zeber, Zebritz, Kiesling, Sedimantur, Brocolos, Flecknoil, Fletiamo, Ordoch, Bracti-Balk, Strepoli, Meistergriff, Schallquap, Mebrana, Brana-Warz, Jutesto, Caradonis, Vaumball, Elfun, Flampion und in seiner Gala-Form, Flampivian und in seiner Gala-Form, Littumif, Castellit, Makabaya plus Gala-Form, aber das gibt es noch nicht als Shiny. Das sieht der Unterschied. Ja, Echnatol, Unratydox, Deponitox, Pico, Chilla, Chilla-Bell, Marmolita, Castadur, Tentantel, Klick, Klick-Klack, Klick-Di-Klack, Petsniv, Siberio, Flunschlik, äh, gibt es eigentlich nur normal, also es gibt es, die Gala-Form, das ist andersrum diesmal, das ist die Gala-Form, die gibt es als Shiny, das ist das Normale, das gibt es noch nicht als Shiny, aber guck mal, wie doof das aussieht. Schadrago, Geronimatz, Vashkavils, Galük, Grifeldis, Furnifras, Vermicula, Capuno, Duodino, Trikephalo, Kobalium, Terrakium, Viridium, Boris und Boris Tiergeist, also Boreos, Voldolos auf der Wolke und als Tier, warum ist da jetzt nicht Demeteros, warum kommt jetzt dazwischen Rijiram, Segrom und dann kommt erst Demeteros, warum, das ist schon mal aufgefallen, ja, Demeteros, normal, Tiergeist-Form, äh, Kyurem, Genesekt, gibt es eigentlich auch nur, das, äh, normale, als Shiny, die anderen sind noch nicht als, äh, Shinies raus, aber die sehen alle im Prinzip auch wieder gleich aus, Skobbel, Krebet, Datiri, Datignis, Datignis, ja, Fiaro, Leufeo, Pyroleo, Psyau, Psyaugon, Bitora, ja, ist auch wieder deutlich Unterschied zwischen nix und gar nix, äh, Bitora, Tanatora, Felinara, Mangunior, Markus, Spektor, Wuffels, äh, äh, Volverog in der Tag-Form und in der Nacht-Form, Zwielicht-Form gibt es noch nicht, wer, Lursi, Kosturso, Barrikadax, Mautzinger, Lauchzelot, Meltan, Melmetal, Puh, das waren alle Shinies, hm, hm, also die Mega haben wir so durchgezeigt, die Event-Dinger haben wir so durchgezeigt, die Glücks sind wir noch durchgescrollt, sieht ja alles genauso aus, wie es ist, schillernde Drei-Sterne, da geht's mir meistens nie um EV, da geht's mir um das beste Level, also das ist ein bisschen wickrig, seht ihr ja, 552 zu 263, insgesamt Drei-Sterne sind 700 noch was, aber was am wichtigsten dann wäre, wären die Perfekten, Perfekt, sind 100%ige und hier finde ich's richtig doof, dass du halt wirklich, wenn du das Pokémon auf der Hand hast, hätte ich jetzt ein Wieser-Same, aber kein Hunderter, da wäre hier einfach nur ne Zahl, wo ich denken würde, das Pokémon gibt's noch gar nicht, dabei gibt's das schon, aber ich hab nur das Hunderter nicht davon, da hätte ich mir gewünscht, dass da ein Schatten ist, wie bei anderen Sachen, dass du halt dann siehst, okay, da, da fehlt noch was, aber haben sie hier auch nicht so gemacht, dir denkst, woher willst du denn wissen, was kannst du jetzt erhalten und was kannst du nicht erhalten, eigentlich hätte da ein Schatten hingemusst, anstatt dieses feste Feld, was angezeigt wird im Pokédex normal, wenn das Pokémon noch völlig unbekannt ist, aber es ist ja nicht völlig unbekannt, so, perfekt, das sind alle Hunderter, ich versuche auch immer die Familien zu sammeln als Hunderter, und da habt ihr theoretisch eigentlich auch fast alles, können wir gucken, wo Lücken sind, da fehlt noch ein Baby, kannst du ja nur brüten, äh, da fehlt auch ein Baby, hier fehlt zum Beispiel ein Suikun, bei der 245, Suikun hab ich noch nicht, von den drei Raubkatzen als Hunderter, das muss noch gesucht werden, hier fehlt noch ein Ninja, warte mal kurz, hier fehlt ein Ninja Tom, kannst ja nicht entwickeln, den gab's mal nur so aus ner Forschung, der ist eigentlich auch sehr selten, äh, da fehlt wieder irgendwas anderes, da fehlt noch was, weiß ich nicht, bei Tane fehlt mir zum Beispiel noch ein Hunderter, in der Familie, dass ich auch Mähtangen dann als Hunderter hab, hier, Regirock ist als Hunderter da, Regi-Stil, Regi-Eis nicht, deswegen bin ich ja momentan auf Regi-Eis-Suche, so, was haben wir hier, weiß ich nicht, es sind einfach alles Babys, die fehlen, hier oben fehlen Babys, da unten fehlen Babys, da drüben fehlen Babys, überall Babys, hin und her, neben dem, Geratina fehlt noch Kresel, ja glaube ich, da hab ich noch keinen Hunderter, muss ich auch mal machen, wenn das wieder kommt, auf Jagd gehen, hier in der Stravigl-Familie, fehlt mir noch Matri voll als Hunderter, da ist hinten noch was offen, ähm, ansonsten hier wieder lauter Zeugs, Zurokex, hab ich ja gesagt, fehlt mir eins, Irokex, hab ich als Hunderter, aber Zurokex, fehlt trotzdem noch, für die Familie, äh, bei der Klick-Familie, fehlt noch ein Hunderter, dazwischen, Milze hab ich ein Hunderter, fehlen aber trotzdem noch zwei, mhm, hier ist wieder anderes Zeugs, da weiß ich's wieder nicht, äh, hier, Kobalium, Terrakium, Viridium fehlt noch, als Hunderter, ja, die Wolkengeister sind theoretisch alle da, hier, das sind wahrscheinlich wieder Pokémon, die, zum Teil noch nicht released, sind, und dann sind wir theoretisch eigentlich auch schon unten, hier weiß ich, Sackjahn als Hunderter ist da, aber es fehlt Summer Sender als Hunderter, wo ist da bitte das freie Feld, das müsste doch eigentlich auch hier sein, ist es aber nicht, das müsste ja danach kommen, und bei Mellmetall, da hab ich ein Hunderter, aber kein Hunderter Mell tan, weil ich meins ja entwickelt hab, so, dann habt ihr nach der Perfekt, habt ihr noch Krypto und erlöst, bei Krypto, 229, bei Krypto find ich's gut, dass, du musst die nicht, das ist so unterschiedlich, diese Dechse, du kannst, wenn du jetzt ein Visa Floor hast, als Krypto, und entwickelst das durch, und schmeißt, nein, du entwickelst das durch, dann ist das hier voll, du brauchst nicht alle drei auf der Hand haben, wenn du's durchentwickelt hast, sind trotzdem alle drei hier angezeigt, bei den Hundertern ist das anders, hast du ein Hunderter Mell tan und entwickelst es, wird nur ein Hunderter Mellmetall angezeigt, und das Hunderter Mell tan ist wieder ausgegraut, hier, brauchst du nicht alle auf der Hand haben, es reicht, wenn du eins hast, einmal durchentwickelst, und dann hast du halt die ganzen Felder, sozusagen ausgefüllt erst mal, ich kann nicht sagen, ob da was fehlt, oder ob da nichts fehlt, also hier hab ich jetzt gar keinen Überblick, 229 bei Krypto, da könnt ihr ja mal Bescheid sagen, bei Erlöst sieht's wieder anders aus, warum auch immer, das versteh ich nicht, bei Erlöst, achso, weil ich eigentlich ein, weil man ein Macholo erlösen muss, und muss es dann durchentwickeln, damit Maschok auch da ist, ich hab wahrscheinlich einfach mal ein Krypto Machomai entwickelt, und hab's danach erlöst, und so ist dieser Eintrag erlöst da, und dieser Eintrag ist erlöst da, aber der nicht, also die dazwischen könnte man sich theoretisch noch holen, aber ich hab ungern Pokémon erlöst, ich hab dann für die Medaille immer nur versucht zu erlösen, wenn ich, ähm, wenn's 1000 Staub gekostet hat, wenn's mehr als 1000 Staub gekostet hat, hab ich das so gut wie gar nicht gemacht, ich finde, diese Erlöstdecks ist eigentlich das sinnloseste und unnötigste überhaupt, lieber Kryptos als Familien sammeln, lebendig, Livingdecks mäßig, als Erlöste zu sammeln, dass du die extra erlösen musst, und durchentwickeln musst, und dann noch wegschmeißen musst, oder, ach, keine Ahnung, wenn man aber alles hat, dann kann man sich auch hier dran machen, und kann das auch alles versuchen, und noch alles, ja, aber dann müsste man ja auch Lavados erlösen, und, und, und Arktos erlösen, ihr seht ja, hier ist ein Lavados drin, ein Erlöstes, das hab ich damals mal gemacht, weil's ein 100er dann wurde, heutzutage würde man das wieder anders machen, also, Erlöst ist richtig mies, Krypto ist irgendwie leicht zu bekommen, du nimmst einfach eins, entwickelst es durch, und es werden einfach alle drei angezeigt, das ist bei den Perfekten leider anders, wenn du ein 100er Bisa Samen hast, entwickelst du das zu Bisa Floor, dann wird nur Bisa Floor angezeigt, und die anderen zwei sind trotzdem ausgegraut, ich weiß nicht, wieso sie diese Unterschiede machen, bei den Schillernden, so, das sind drei Sterne, bei den Schillernden, weiß ich nicht, wie's aussieht, da ich die Familien ja voll hab, das könnt ihr mir sagen, wie ist es bei den Schillernden, wenn man einen Bisa Samen hat, und entwickelt das durch, wird dann hier auch, alles drei angezeigt, oder hat man dann nur das Bisa Floor im Schillerdex, hier stehen, und die anderen zwei sind nicht angezeigt, weil da ist ja noch ein Unterschied, ob man den so schön befüllen kann, oder eben nicht, bei Glücks hält sich's glaube ich auch, weil bei den Glücks Pokémon, tausche ich immer, wenn ich ein Glücks hab, entwickle das einmal durch, und schmeiß das dann meistens weg, ich hebe keinen Living Glücks Dex auf, und viele von denen hier, hab ich nicht mehr auf der Hand, sie sind aber trotzdem hier noch angezeigt, also da funktioniert's wieder, du musst sie nicht auf der Hand haben, du musst beim, du musst also beim Glücks Dex, die nicht auf der Hand haben, du musst sie beim, beim Krypto Dex nicht auf der Hand haben, vielleicht musst du sie beim Shiny Dex, auch nicht auf der Hand haben, und es reicht, wenn du sie einmal durchentwickelst, aber beim Perfekt, musst du sie auf der Hand haben, ist vielleicht sogar logisch, hier musst du sie auch auf der Hand haben, die meisten kannst du ja nicht mehr entwickeln, und, ja, Megadex muss ja sowieso entwickeln, und ob die dir danach wegschmeißt, hast du ja trotzdem dann gesehen, das war jetzt glaube ich das Video erst mal, ich weiß nicht, ob sich das der Nyklos so vorgestellt hat, ich hoff's, ansonsten bliebe dann nur übrig, hier rauf zu gehen, und hier nochmal detailliert reinzugucken, Kando 151, Yodo 100, Höhen 134, Sino 103, Einal 151, Kalos 55, Alola 34, Gala 13, und dann halt diesen Bildschirm nehmen, und immer wieder durchdrücken, dass man das nochmal alles sieht, männlich, weiblich, Shiny, Lucky, und halt die Statistiken mit 14.000, so 5.000, 700 zu 270, 400 zu 91, also müssen diese Statistiken wirklich sein, man weiß es nicht, ähm, das sagt ihr mir dann, aber hier, dürfte eigentlich keiner mehr haben, das müsste eigentlich alles sein, 743 müsste jetzt die größte Anzahl sein, da ist auch Molunk und seine Weiterentwicklung dabei, und alles andere, was es so gibt, ansonsten hoffe ich, das war so, wie es Nyklos sich vorgestellt hat, das habe ich gerade schon mal gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses, schnell, ich muss hier drüben drauf drücken, dass es weg geht,